Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. Lasst uns gemeinsam beten. Liebe ist das Einzige, was es in Wahrheit gibt. Liebe ist unser Allerheilung, die Wirklichkeit selbst. Liebe verzerrt nicht. Liebe gibt. Liebe erwartet nichts. Liebe lässt frei. Liebe berührt. So tief. Liebe ist unendlich gegeben im ewigen Frieden Gottes. Gottes Liebe ist die wahre Liebe zu uns selbst. Im Vater sind wir liebender, stiller, reiner Geist, der leuchtende Christusgeist. Dort ruht die Liebe, die einfach nur gegeben werden will. Ganz natürlich, fließend durch unser Herz. In dieser Welt tönt der Ruf nach Liebe laut. So lasst uns jetzt gemeinsam lernen, dies umzukehren in einen Ausdruck von Liebe. Wir sind Gottes einzige Liebe, schon ewig geliebt und liebend. Nun wollen wir nur noch Liebe lehren, lieben und uns lieben lassen im Sinne unseres heiligen Vaters. Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. So. 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 So.